Hey Leute, Willkommen zu einem erneuten Gameplay Commentary hier auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr heute mal ein AW-Gameplay, eine DNA of the Race mit der ASM1 gespielt. Im heutigen Video will ich mich einfach mal ein bisschen vorstellen, dann aber auch sagen, was ich so in der Zukunft auf YouTube bringen werde und wann ich auch was hochlade. Ja, im Real Life bin ich der Dani, bin 16 Jahre alt und gehe noch zur Schule. In meinen Videos bringe ich hauptsächlich COD, am meisten Commentaries mit Gameplay, aber es werden auf jeden Fall noch andere Serien kommen. Ich schaue natürlich auch immer nach guten Gameplays, also ich versuche meinen eigenen Gameplay-Standard so einzuhalten, also mindestens eine DNA oder Nuklear oder was noch so kommen wird in Black Ops 3 oder so. Ich kann aber leider nichts versprechen, weil um gute Gameplays zu erspielen, braucht man natürlich auch Glück und Zeit. Vielleicht werde ich auch in Zukunft FIFA oder GTA bringen, aber ihr könnt euch natürlich immer noch auf die Juggling-Videos freuen. Dann komme ich auch schon zu meinem letzten Punkt, wann Videos kommen werden. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich jede Woche ein Video bringen kann, aber ich will mich da jetzt nicht festlegen, da ich wegen der Schule nicht immer so viel Zeit habe. Dann sind wir auch schon wieder am Ende. Wäre cool, wenn ihr ein Abo oder ein Like da lassen könnt und tschüss! Ich mach' sie fertig! Ich mach' sie fertig! Ich mach' sie fertig! Musik 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 Der Weg für euch in den Himmel beobacht.